Du hast gut lachen, nachher lachen wir, ne? Jetzt noch gut lachen. Vieles herausragend Deutsche, ca 50% Aanteil. Es war schon weniger, aber momentan wieder ansteigend, der deutsche Anteil. Und ich sage, wir kommen bestens zurecht. Integration ist ideal. Kein Streit, nichts. Richtig gute Jugendarbeit. Und wie war es, mein Lieber? Bleib vor mir hier. Ich glaube, der ging natürlich nicht mehr so. Und? Wunderbar. Großes Spaß gemacht. Es war total schön. Wir haben kurz nach 8. Wir haben fast 50 Minuten trainiert. Ich glaube, das war eine ganz tolle Sache. Ich habe gemerkt, dass ich wieder was tun musste. Ja, natürlich. Da geht der Trainer hinter mir her und haut mich zu. Es wird keine Wiederholung geben. Das war ein super Geschmier. Kein Offizier. Gehen wir heimlich. Gehen wir weiter. Kannst du sagen Applaus, oder? Gehen wir mal wieder los. Die Nachbarn. Die Nachbarn. Wie sieht die Nachbarn nicht aus? Die Nachbarn. Vielen Dank.